So, da bin ich wieder. Wir wollten uns die zwei Töne mal angucken. Und mal sehen, was uns hier erwartet. Ah ja, man kann sogar schneller laufen. Ist ja gut zu wissen. Ah ja. Das klingt ja vielversprechend. Ah ja. Aber das ist ja auch erst einer von beiden, ne? Ah ja, selbe was das machen. Das ist ja schon stark schön hier. So. Wo müssen wir hin? Mal ein bisschen öffnen. Aber hier scheint ja irgendwie nix so zu sein. Vielleicht da oben? Ah ja. You need to focus now. Ah. Er war ein Frost-Giand, ein Mensch aus der Dunkelheit, und alle seine Sons und Grandsons waren hinter ihm. Er war seine Kinder und Großbritannien, aber andere waren fair. Aber ein anderer kam aus den Eis, Buri. Er war wie ein Mann, groß und мощig. Sein Sohn, Buri, nahm einen fairen Giandt, um seine Frau zu sein. Und sie hatten drei Sons. Odin war der älteste, und die Nord-Männer hielten ihn, um den vorigem Gottes zu sein, der alte Vater. Ah ja. Der Odin also. Interessant. Direkt mal drei Söhne gemacht hier. Was auch sonst. So. Es sieht ja nicht sehr einladend aus, Jana. Muss man ja mal dazu sagen. Was bist du? Ein Windspiel. Ach wie schön. Klingeling. Hier ist das Zeichen wieder. Hier ist der Fokus. Aber ich will mich noch umgucken. Ich will mich erst noch umgucken. Ich will nicht direkt weiterlaufen. Ich will mich noch umgucken. Was ist das? Es ist ein Tür. Nein, es ist ein Fisch. Nein, es ist nicht. Nein, es ist nicht. Pushe. Pushe, Pushe. Komm mit. Komm mit. Komm mit. Ja, ist ja okay. Hetz mich nicht. Mann, nö. So, ich hab gepusht. Now. Das ist ja schön hier. Das ist bestimmt so eine Art Portal. Ah, ich wette, wenn wir das da vorne gemacht haben, geht hier ein Portal auf. Das klingt sinnvoll. Ja. Das muss es sein. Na dann. You need to focus now. Illusion hides the path to Balraven. Don't trust your eyes. Find another way to see the truth. Duh, okay. Ja, ich kann nicht mehr wegdrehen. Ah, ja. Okay. Ja, wahrscheinlich dann... Wahrscheinlich dann das Portal, ne? Dann walken wir mal rein. So, hier wird's ja... Wird's ja nicht weniger mit dem Geflacker. Ja, aber... Zieh dich um. Was soll ich denn sehen? Mock mich nicht. Was soll ich denn sehen? Hier ist wieder Fokus. Hä? Der Berg da, oder was? Nee. Jetzt muss schon irgendwas hier sein, oder was? Das ist bestimmt irgendwas total offensichtliches. Ich mein, ich fokuse ja ganz doll, aber... Also, ich ging jetzt davon aus, dass es was hier mit dem Portal zu tun hat. What the fuck? Äh, okay. Achso, ich bin fokussierter durchgelaufen, oder was? Äh, okay. Ich glaub, das macht Sinn. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaub, das macht Sinn. Auf jeden Fall ist die Tür offen. Der Rest ist ja egal. Hallo. Ich bin Steven. Sind wir zu Hause? Ich bin, ich bin. Erstmal hier. Map glitch. So, kramen wir mal die Leiter hoch. Ich bin echt gespannt, was uns jetzt erwartet. Ich komm immer noch nicht. Ich komm immer noch nicht drauf, dass es auf einmal einfach die Tür offen war. Ich komm immer noch nicht drauf. Dann hängst das mit nur anrund ab. Okay. Das Fokus fliegt bestimmt noch auf. Ja, wer bist du denn? Ist ja nicht so lecker. Wenn das macht wirklich. Das sieht echt nicht so gut aus. Ich glaube, meine Stimme im Kopf haben recht. Ich glaube, es ist gefährlich. Na ja, schauen wir mal. Klopp, klopp. Starper. Instant Gänsehauten. Oh, wie war das? Ah ja. Pam, pam, pam. Oh, die D. Ow, ow. Dio, Smar, wie schön zu können. Dio. Wah, stop it. Äh, wieviel sind denn das schon wieder, ey? Oder ist es wieder sowas, wo ich einfach draufgehe, weil ich sie nicht mehr killen kann? Das wär einfach. Finish him. Ich glaub wir schlagen uns ganz gut. Ah ja, easy. Hat sogar fast gut ausgesehen. Das ist aber schnell weg. Klopp, klopp. Ah, da ist die Siegel wieder. Warte, kann man da wohl? Kann ich da hoch? Ich glaub's ja nicht. Oh, ja was bist du denn? Das ist locker so eine Uga-Buga-Muskel von Quay Spendiko. Hey. You need to focus now. Jetzt ist alles anders. Mhm. Na dann schau ich mal. Ah ja. Ich glaub da oben steht einer. Ich bin ja nicht so ganz sicher, aber ich glaub da oben steht einer, du. bist du Freund oder Feind? Was bist du jetzt eigentlich? Hä? Der da oben macht mich ein bisschen fuchsig. Was ist denn der Rabe? Bist du der Rabe? Kann ich den hier einfach so kaputt machen? Was ist denn hier der Rabe? Da reicht jetzt mal auf den Raben. Ich geh mal davon aus, dass es da oben schon der Rabe ist, aber... Wie soll ich denn hier was ausrichten? Kann ja nur fokussen. Ich fokuss dich. Stirb! 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 Wendelta! Hä? Ich kann ja auch nichts schmeißen oder so. Gib mir Superkraft! So. Wendelta fokuss now! Ah, warte, wir waren das das letzte Mal. War das ja ein Stück weiter draußen. Jetzt sieht man auch so. Ich hab Angst, dass der Typ da einfach runterkommt. Äh... Was ist der Typ da oben? Der ist ja... Irgendwie... Der ist mir echt fuchsig. Was? Phokst Gesaw Jagupt Wach Was? Deutsche the B Schöne Moment, checken wir mal kurz. Ja, irgendwie nicht so, ne? Ich kann fokussieren, interagieren und rennen. Wow! Das ist bestimmt alles echt wichtig, aber... Wenn ich dich fokuse, was bringt's mir? Oder vielleicht von hinten? Nee. Und das? Ich kann ja auch nicht fokussen. Kannst du mir nicht kaputt machen. Und dann Larry da oben? Kommen wir auch nicht hin. Ich fokuse hier die Welt um und nichts passiert. Dabei need ich doch the focus now. Ich check das halt auch nicht mit den, äh... Also eigentlich, so wie ich es verstanden hab, müsste das ja mehr oder weniger... Äh... Verzieht auch nicht. So, in der Reihenfolge oder so? Und dann geht der kaputt. Ja... 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 Ich wette, ich stelle mich hier total dämlich an. Da, Patsch. Hör doch auf. Erschreckt mich halt. Instant nochmal Gänsehaut. Mach irgendwas. Lass mich interagieren. Lass mich das kaputt machen. Lass mich äh... Nicht wieder so einen Schritt kriegen, ey. Hat er nicht was gesagt von Richter des auf den Araben aus? Ist es nicht Arabe? Du bist doch bestimmt Arabe. Und ich fokuste dich. Achso, muss ich da vielleicht hoch? Muss ich da vielleicht... Ach, vielleicht von der anderen Seite? Macht das Sinn? Würde das Sinn machen? Ich weiß es nicht. Du bist ja hier unten ins Stück, ne? Wir gucken einfach mal. Wir walken mal zurück. Ne? Du und ich. Und wir gucken mal, ob man da irgendwie hochkommt. Man muss ja irgendwie... Da war ja ein Brett. Hab's ja gesehen. Jetzt wieder ruhig. Wie ist jetzt... Jetzt hab ich aber auch, äh... Nix mehr, ne? Da war ein Brett. Ich hab's gesehen. Aber wo kommt man da denn hin? Ich find's ja dumm, dass man nicht springen kann, so. Bist du vielleicht der Arabe? Ne. Ne, da bin ich hochgekommen. Ne, es muss ja dann da hinten sein. Aber... Wie komm ich denn... Also, was muss ich denn fokussen? Was ist denn der Arabe? Bist du vielleicht der Arabe? Auch nett, ne? Na, dachte ich mir. Siehst doch nicht aus wie ein Arabe. Muss ich jetzt grad mal sagen. Du... Nichtrabe, du. Ich mein, creepier wär's, wenn er, äh... Wenn er einen quasi mit den Plicken verfolgen würde. Aber das reicht so eigentlich auch schon, ne? Vor allem, weil das mit diesen Fokussen ja nicht so funktioniert, wie ich das gern hätte. Muss ich ja grad mal dazu sagen. Und ich find's auch, äh... nicht so nett, dass ich hier nicht einfach hochkrabbeln kann. Das macht doch gar keinen Sinn. Das ist doch ein Stein. Zieh dich doch hoch. Ah. Okay. Nehmen wir doch vielleicht... den Weg... Warte, was? Grafische Feder? Fragezeichen? Muss ich ja fokussen? Alter, der Weg war doch vorher noch nicht, oder? Alter, war's eh vorher noch nicht. Hab ich bestimmt wieder... bin ich irgendwo fokussiert durchgelaufen und hab nicht gecheckt, dass wieder eine Tür aufgeht. Aber der Hannes... Warte mal. Der lebt ja gar nicht. Ist ja nur eine Figur. Ich dachte, er hat sich vorhin bewegt. Ja gut, jetzt macht das dann vielleicht doch Sinn, ja. Ich fokuse, ja. Okay. Jetzt hat sich alles verändert. Ich kann es fühlen. Glaube ich. Jetzt kann ich ja wahrscheinlich runterspringen. Auch... echt nicht. Auch nicht. Okay. Okay, okay. Alles gut. Muss ich jetzt auch fokussieren? Nee. Okay. Dann brauchen wir erstmal wieder runter. Da, 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 da. Es hat sich ja etwas verändert. Also außer diese, diese Grafikfehler hier. Aber das soll es vielleicht so sein? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Es sieht irgendwie nicht so aus. So, dann bin ich mal gespannt. Klop, klop. Es ist wie... ...krossing into another world that... ...looks the same but... ...feels... ...different. An imposter world. Where the forest itself... ...is watching.